Schöne guten Abend zu meinen sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen hier auf unserem Abflussbaden. Leider ist schon der letzte Abend einer wunderschönen Woche auf dem Traumschiff, dem Ozeankreuzer Gini Marikoca. Wir passierten sowohl Marokko als auch Südamerika, Nordamerika, und nun sind wir angekommen in Griechenland. Vielleicht haben Sie schon eine Partnerin oder einen Partner, der noch keinen hat, kann sich nun einen suchen. Unser heutiges Abendprogramm wird auch veranstaltet, um sich hier bei den Organisatoren zu bedanken. Bei den Leuten in der Kirche ist es ein enormer Aufwand, den wir hier geleistet haben. Eine Woche auf See. Ich bin gerührt, wirklich, ich muss es sagen. Danke. Ich übergebe Ihnen das Wort an meinen Kollegen Leichtmatt-Hose, Sieberin Hosendärk. Ja, also das ist das erste Mal, dass ich das mache, seit 14 Jahren ein Patrose, hier auf diesem Schiff. Wie geht das gut? Und ich werde jetzt ein Lied zum Besten geben, was ich selbst geschrieben habe, hier auf dieser Reise. Auf meiner ersten Reise als Patrose, auf diesem Schiff. Guten Abend. Entschuldigen Sie, die Band ist ein bisschen, also wir haben dort Dirigenten, Sie müssen das verstehen. Ja, verstehe das alles. Jo, jetzt bin ich bereit. Jo, jetzt kommt gleich die Strophe. Oh, wunderschön, auf diesem Schiff, mit Ihnen zu sein, zu sein. Das war ein Traum. Ja, entschuldigen Sie, ich konnte nicht mehr so gut singen. Ich habe einen Schnupfen. Aber ich probiere es nochmal. Es ist ein Lied, das ich damals selber geschrieben habe. Aber es ist Englisch, ich hoffe, Sie verstehen. Aber es holen wir. Ich höre das Schiff als Klavier, schön durchs Geht. Ich freue mich, hier an Bord zu sein. Es ist wunderschön, Sie alle zu sehen. Und ich sehe Sie hier an der Bühne stehen. Ich mache es hier an der Bühne stehen. Ich mache es hier an der Bühne stehen. Oh, seht ihr da hinten auch die Fähne? Ich darf ein Film drehen. Hier, dort am Meer. Oder ist es schwer, ein Nee zu schreiben. Schreiben. Oder einfach nur mal cool zu bleiben. Das ist nicht leicht, hier auf See. Wenn ich ein Eisberg sehe, dann ist da meistens Schnee. Schnee ist auch mein Verneut. Wenn ich so meine Runde drehe, äh, für sich... Ich gebe immer noch ein Stichwort. Autobahn. Oh, von mir an eine Autobahn. Ich wusste gar nicht, dass das so schnell da scheinen kann. Oh, da schiehe ich in meinem Wahn. Ja, genau. Jo, check doch mal. What a step for that, um da an einem Hotel. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier an Bord der Amish Talotte. Es ist wunderbar, Sie hier alle sehen zu dürfen. Ich sehe diese fröhlichen Gesichter. Seid ihr alle bereit zur Tatsche? Seid ihr bereit, alle eine Wunderschöne-Abes zu haben? Sind Sie alle bereit, was so richtig die Hufte zwingen zu lassen? Dann schreien Sie alle, ja, und dann klatschen Sie einfach ganz laut. Klatschen Sie ganz laut, wenn Sie tauschen wollen. Klatschen Sie, meine Damen und Herren. Oh, lassen Sie sich doch bitte nicht zur Mühe. Oh, danke schön, danke schön. Das schreibt mich jetzt so gut, wie Sie das hier machen. Meine Damen und Herren, die Wunde am Eingang. Wurden jeweils rote Bänder und blaue Bänder verteilt. Sie erinnern Sie sich? Ja, Sie haben sich alle rechten Armen. Alles gut, genau. Schauen Sie einfach mal und bitte die rote auf die linke Seite. Von mir aus gesehen, auf die linke Seite. Ja, ja, Sie auch, auf die linke Seite. Und auf die rechte Seite, die mit den blauen Bändern. Ja, das ist blau, Entschuldigung. Ja, genau. Gehen Sie da rüber. Ja, wunderbar. Ich möchte meine Eingang hier begrüßen. Am Schlagzeug. Mein alter Freund, Teddy Scratchers. Am Piano. Mein alter Freund und Spießgeser. Stefano Manicelli. Hallo. Wunderbar, meine Damen und Herren. Am Contra was. Hier sehen Sie den guten alten Buddy Stempflers. Mit voller Frische. Wunderbar, mein Name ist Begräzter Zitulow. Ja, Sie haben sich mittlerweile alle eingeordnet. Und jetzt bleibt die mal ein bisschen wie eine Handelsee. Alle Rote mit die Roteband an die Hände hoch. Und eine Polonaise tanzen, meine Damen und Herren. Eine Polonaise tanzen. Sie müssen alle mal sagen. Haken Sie sich bei Ihrem Foto mal an. Bitte die Männer, nicht an die blöchsten Frauen. Dann gibt das nur wieder Städte. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wie es ist. Bitte lassen Sie Ihre Hände nur an den Foto. Und tanzen Sie, meine Damen und Herren. Bewegen Sie sich zu den Rhythmus. Spüren Sie, wie den Rhythmus sich die Glieder fährt. Spüren Sie. Sehen Sie, wie ich so mitklopse. Meine Damen und Herren. Ja, klopse Sie eine bisschen. Zeigen Sie, dass Sie sich am Wunsch spiel hier. Meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, ich würde sagen, das ist ein Applaus wert, wie Sie das hier alle gemacht haben, oder? Das ist ein Applaus wert. Wunderbar, meine Damen und Herren. Der arme Leichtige, das war zu dem Ende zu. Ich bitte nicht, Daniel. Ich bitte um eins. Sehr ruhig, dass Sie das. Ich bitte um eins. Ich bitte um eins. Ich bitte um eins. Ich bitte um eins. Danke, danke schön. Danke schön. Danke schön. Ja, danke schön. Ja, bisschen langsamer, Party. Bisschen langsamer. Noch langsamer, noch mehr. Wunderbar, danke schön. Ich bin froh, Sie hier begrüßen zu treffen. Der Kapitän. Kapitän Stefan Hopkinocke. Hier für Sie da. Extra gekommen am letzten Abend. Ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Oh, meine Damen und Herren. Oh, meine Damen und Herren. Ich bin der Kapitän. Und ich freue mich, ich erwarte mich, Sie auch endlich mal persönlich sehen zu können. Ich war alleine dort oben, auf meiner Brücke. Mein Steuermann ist Tose. Der Maschinist hat eine schwere Depression hinter sich. Dennoch, meine Damen und Herren, es ist wunderbar, es ist wunderbar, diese wunderschöne Reise mit Ihnen verliebt zu haben. Und gleich hin. Und ich bin wirklich gerührt, dass ich jetzt am 92. Geburtstag sich alle auf meiner letzten Fahrt versammelt habe. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich werde dem Meer nicht nachtrauen. Ich habe es 70 Jahre um mich rum gehabt. 70 Jahre habe ich mich auf dem Meer, und ich werde jetzt hier auf meinem Landhaus ziehen, wo die Vogel zwitschern. Es ist wunderschön. Danke, danke. Ich möchte Ihnen noch ein letztes Mal, ein letztes Mal, bitte, bitte, lassen Sie mich sagen. Und schlimm ist, was Sie mich sagen. Sie waren die beste Besatzung, was das beste Gastmensch tut, das jemals seinen Fuß auf mein Schiff gesetzt hat. Und ich möchte Ihnen das ganz ehrlich sagen. Sie werden glauben, ich sage, dass es zu jedem stimmt. Aber, was Sie auszeichnen, ist die grenzlose Zuneigung. Dass Sie in der Situation, wie wir bei der Rote gegangen wären, alle zusammengehalten haben, das Loch mit Hansaplast geflickt haben. Dass Mrs. Anderson ihr BH gegeben hat, auf den 13 Quadratmeter Riss zu flicken. Das, meine Damen und Herren, das ist Liebe zu Sie. In diesem Sinne will ich Ihnen danken. Ich gebe nur noch weiter, weil mein eigener Freund immer zur Seite stand. Es ist zu sehr, für die werden, ich dachte, wir haben uns nicht mehr. So, wir kommen bis zum Tage. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ich bin der Türchenchef, ich habe hier gekocht für Sie. Und es war mir eine sehr große Ehre, hier sein zu dürfen. Es ist eine große Abschied heute Abend. Wir, wir, hier, wir, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war einfach eine sehr schöne Zeit. Ich hätte mir gedacht, das ist hoffentlich jetzt nicht zu Ende. Aber wie es leider ist, ist alles am meisten. Aber ich habe gerne für Sie gekocht. Ich danke meiner Mannschaft. Ich danke allen Köchen hier. Ja, danke. Sie machen mich ganz verliebt. Ja, danke. Haben Sie vielleicht meine neue Person gemerkt? Ja? Danke. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken bei meinem spanischen Bettenmacher. Er heißt... Juanes Juli. Umbra. Der Lembra de la Coloria. Danke. Ah, das ist der ja nicht. Und nun würde ich sagen, um den letzten Abend noch mal Gebühren zu feiern. Lass krachen, Band. Sie wurden hier unterhalten von den Rocky Rockers 7, 8, 9, 10. Und zu Ihnen sage ich jetzt einen schönen guten Abend. Was aufgiebt zum Tanzen. Vielleicht etwas Schöneres. Damit es hier ganz jetzt so einstellt. Ich habe mir gedacht, ja. Seien Sie. Wenn tanzen, seien Sie. Sie werden was da. Und wenn ich die Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen. Was sagen Sie, meine Damen und Herren? Danke. 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 Wir haben ein paar technische Probleme. Die Band ist eigentlich kaputt. Ähm. Sieht die so viel stärker? Was gedacht? Ist sie bereit? Ist sie bereit? Für eine wahre Musik? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall in ihre Frauen im Leica. Ich bin der Fall! Ich bin der Fall in der Fall. Das ist eine sehr wichtige Sache. Die Band ist fleißig! Wir viel weniger Musik 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 She asked me for dancing Dancing all night long Dancing through the night Dancing all night long She sent me Whoод yeah She sent me to go We could do it Uh-uh-uh You don't know that you It was emotional Music Oh, das war unser letzter Song von Modern Talking. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, sie trocken, sie dämlich, sie hässlichen Scheußkinder. Mein Gott, sehen sie hässlich aus da vorne. Wir spielen jetzt was anderes. Wie, 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 wie. Das yelling, wie, 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 wie. Spanisch, bis, wie. Basisch. Was? Das war's. 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 Danke schön, Adam. Danke schön, Adam. Are you ready? їD We're gonna rockin', rockin' all night. We're gonna rockin', rockin' byR1N side. We're gonna rockin', rockin' all night. We' ill to rockin' all night. Musik 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 Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Amen, Amen.